Sie können es auch kaum erwarten, bis Ihr Packerl kommt und genau dann sind Sie nicht daheim, da hätte ich einen Tipp. Mit einer Abstellgenehmigung stellen wir Ihr Packerl an Ihrem Wunschplatz zu Hause zu und Sie können sich gleich beim Heimkommen darüber freuen. Und mit dem Abholservice holen wir Ihre Pakete gerne bei Ihnen daheim ab. Auf Wunsch natürlich kontaktlos. Und das Beste ist, diese und viele andere Services können Sie bequem auf Post.at bestellen. Wenn es wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post.